hat irgendjemand was vom nächsten mal erzählt da sind wir wieder so let's go vor allem durch meine ganzen kameraden kenne ich die ganzen mario sprüche obwohl ich selber mario nie gespielt habe schon witzig so wie viele gegner wie eigentlich 250 sieht ja gut aus kann man machen ich hatte ich guckte dass die waffe ein bisschen stärker ist da brauche ich ja ewig bis da so viel tot ist so müssen wir hin hier schon mal nicht ach da geht es weiter so alter aber hallo wieviel webern sind denn hier bitte oha ach so mehrere also letzter so was der andere hier waren zwei ich hab ich hab's doch gerade gesehen dass das hier zwei waren ok jetzt mal zu kurz rum müssen wir jetzt jetzt hier jetzt weiter Alter, wie viele denn noch von denen? Oh, diese ganze Nutzergerinne geht los, habe ich aufs Sack hier. Alter. Oh, jetzt ist keine weiteren Ruhe mehr da, ich muss mal so aufpassen, jetzt spielen wir wieder mit unserem eigenen Leben. So, hier hinten hat sich noch irgendwas geöffnet. Ich wüsste schon echt hart gerne was, genau. Ups, ähm, okay. Hallo? Mehr nicht? Achso, ja, okay, wow, wir haben eine Verwiderschaft eröffnet hier. Hallo? Geht doch. Och, nein. Okay, jetzt bist du aber hier. Hallo? Ey, dieser scheiß Lockout funktioniert da gar nicht. Der war, der war, der war sowas von nah und tropft für diese scheiß Lock-On nicht. Was soll denn der Mist? Also, solche Tanks habe ich da echt in Erinnerung. Nice! Okay, ich muss mich erstmal auf diesen komischen Piepser konzentrieren, auf diesen Arschweilen. Mit ein bisschen Mühe bringen sich hier vielleicht Trieglieder geht um. Danke dafür. Ah, naja. Oh Gott. Boah, Alter. Alter, was kommt denn da alles bitte? Du willst mich verarschen irgendwie? Alter, was kommt denn da alles bitte? Okay, komm, jetzt reicht's mir. Okay, also jetzt ist hier aber mal Feierabend, ne? Krieg! Geht immer noch. Okay, 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 okay. Ihr habt, ihr habt so gewollt. Ihr habt jetzt, mach ich aber hier Feierabend, ne? Oh my goodness, 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 oh my goodness. Alter, was ist hier los? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Von wo denn? Von wo? Von wo? Von wo? Oh Gott, von zwei Richtungen. Beleck doch mal. Also diese Manövrierfähigkeit von diesen fliegenden Fischern ist ja echt geisteskrank. Oh, Volk, die Emission ruiniert. Oh, Alter. Jetzt doch nicht. Oh, Alter. Züge, sie sind ein bisschen zu stark, diese Viecher Alter Du siehst die Viecher aber auch nicht Alter Wo bin ich Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit Alter, was stimmt mit dieser Welt nicht Oh Gott, der ist auch noch da Okay, ich brauche mal ein bisschen mehr Leben Alter, wir haben gerade mal 15 der Gegner erledigt Ihr müsst mich doch verarschen Ist er jetzt endlich weg? Jawohl Ne, der lebt einfach immer noch Was ein Huren so Guckt euch den Typen an Endlich Alter Boah Oh ja Äh, wie weiß man, wird ein bisschen Rüstung Ich hasse dich Wenn ich will nur Rüstung haben Ah Danke Okay, komm Ja Also mal wieder Deck zu Saturn X zu spielen War die Rüstungentscheidung Gott geht das ab, Alter Heilige Scheiße Okay Wir nehmen mal wieder die Waffe hier Oh nein Oh nein Oh Gott Wow Wow Arschgeburt Der liegt immer noch auch der drei stück um zu sterben aber wie zessen der die schwach sind meine raketen das ist ja schon hart traurig so wir sollten vielleicht doch etwas mal die plattform einsetzen davon liegt hier wieder ganz viel munition rum ok akzeptiert sowohl sind wir jetzt die das sie die die Holy shit Arschloch Uäh nein Wohin? Ach da Okay, nein, 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 ihr wollt mich doch verarschen Ihr wollt mich doch verarschen Was? Oh, ich hatte nur noch eine Munition, das war nicht so nett Wie zur Hölle, wie? Wie soll man das jetzt hier irgendwie fabrizieren? Ich habe Full Life, Full Armor und trotzdem, äh, ist das hier eher im Trauerspiel Nein! Ich wollte diese scheiß Rune haben Ey, ihr Opfer Nein! Ach man Ich blick das nicht Fuck Ja, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier machen sollten Ja, ich würde mal sagen Try until we die Nein, falsche Waffe, Mann Ach Mann, das ist doch ein Trauum Uäh, ja, das war genau das, was wir nicht wollten Puh, ich weiß nicht wie, aber wir haben es geschafft Hier, ihr da hinten, wenn man die Fresse haltet, was ist los mit euch? Okay, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Leben Nein Mann, ich Ah Okay, das heißt eher weniger Das ist auch eher weniger Willst du mich verarschen? Danke Alter, was ist hier los? Okay Ähm, ja Ach komm, wir haben da, da Ach komm, wir haben da, da Ach komm, wir haben da, da So, hier ist nichts Hä, was denn? Ach da Oh Bitte nicht hauen, bitte nicht hauen, bitte nicht hauen, bitte gehen sie weg, bitte gehen sie weg Oh, hier ist nichts zu sehen Oh, doch Oh, doch Wo bin ich jetzt da? Ach, wieder in dem komischen Hauptraum, ja komm, wir sind weg Ich höre Spinne Die war ja regelrecht handzahm, ey Okay Wir brauchen definitiv mehr BFG-Munition BFG ist komplett leer Ja, ich weiß nicht, ob wir die mit Kratos bekommen Nee, sieht ja nicht so aus Ist natürlich ein bisschen traurig Gut, dann müssen wir also irgendwie hoffen, dass wir wieder am BFG-Munition rankommen Ähm Erstmal gucken, ob wir überhaupt hin müssen Ich sag mal so, ich hab keinen Plan Ist da Wow Einfach eine Klappe halten hier Ich sollte doch mal wieder den Gamma Wert ein bisschen hochstellen, ich sehe schon wieder vom Bildschirm gar nichts Wobei die Map auch extrem dunkel ist Wobei die Map auch extrem dunkel ist Wobei bei Back to Saturn X alle Maps dunkel sind So, dann erledigen wir mal die Gegner, wo immer die sind Also der End ist auf jeden Fall ein Revenant Auch da ist noch einer Okay, Spin ist weg Ah Wo ist der Revenant? Ach da Na, ich glaub ich mach mir lieber mit der hier Mit der bin ich präziser Jawoll Das sieht doch schon wirklich besser aus Okay Ähm Ja, aber wo müssen wir jetzt hin? Äh, hier geht's wieder in die Säure, in die Pest, in die Ebola Oh, alter Leute, sorry, aber ich mach mal ganz kurz hier, äh, mal ganz kurz hier, äh Dankeschön Ich hoffe, dass das nicht gleich wieder zu hell ist, ich hätte erstmal 1,25 machen sollen Also 1,125 Das ist nämlich gerade schon wieder die Zeit, wo die Sonne bei mir genau so reinschaut, dass sie durchs, ne, äh, ja Dass ich eher weniger sehe, als, äh, mir lieb ist Deine Mutter ist ein Rage So Okay So, gehen wir mal hier rauf Hier wurden wir ja irgendwie hingeführt, denke ich mal Ähm, gibt's den Schalter? Nein, auch nicht Was zur Hölle sollen wir denn jetzt hier tun? Was bist du eigentlich? Ah Ah, extra live, na, schau mal eine an Ach Leute, ich hab keine Ahnung, wo, wo muss der jetzt hin? Hab ich schon fast übersehen, wo es so dunkel war, oder was, oder wer, oder wie, oder? Ah, vielleicht muss ich auch die Dinger rauf Das kann's natürlich sein Ähm Nein Och Gott Äh Ach da Was ist hier eigentlich? Gar nichts Äh, ach da Da komm auch hin Okay Halt also, ich muss drücken und kann dann gleich direkt springen Äh Okay Jetzt bin ich hier Okay, jetzt bin ich hier Oh oh Ach du Scheiße, ich hab ein paar Arten bleiben Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Was? Okay Oh, was ist das jetzt schon wieder? Pentagram of Protection Ah, ich bin unbesiegbar Ja, ich frage es nur für viel, viel lange Oh nein Wahrscheinlich so kurz, dass es uns gar nichts bringt Wetten Der hat noch auf ihr Da hab wir hier auch keine Skala wie andere so was unbedingt so gut Oder Vielmehr Die Welt zu schon aufgebraucht ist Ja, siehst du doch Schon zu Ende Das bringt uns also gar nichts Schade Okay Das heißt So, erstmal nach hier Hier haben wir eine relativ Ach du Scheiße So, erstmal nach hier Neck mich doch Okay War das gut? Ich hab keine Ahnung Mann, ich brauch Hilfe-Munition, du Casablanca Ich fick dich Ich fick dich so hart Betrachte dich als gefickt So, wo sind jetzt unsere Freunde, die Revenants Wo bin ich gekannt überhaupt? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Muss ich��es Mal hier lang laufen? Das ist doch ein bisschen hier similar Na komm, ruft er mit dir Ah, schaut ihr euch an. Spinne ich gerade oder waren es gerade zwei? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Okay. Fajam tier. Chipsajanie. Moment, siema. Wo? Ich schwöre, ich habe gerade eine Sicht gehört. Okay, das ist ein Schalter. Ah, lol. Ähm. Und jetzt, Mami? Hilfe. Noch ein Schalter. Na, war klar. Alter. Vietnam-Flashback hier, Alter. Ist ja schlimm. Ach, das warhalter. Na, ich ruft jetzt ab. Danke. Holy shit Okay, fire arm Nein, nein Nein, nein Oh shit Oh shit Wow, holy shit Oh, that's not right, right? Hier noch einer auf der Seite Ah, nein Wahrscheinlich eher weniger Nein, 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 nein Hä? Ach, die Brühe hier tut gar... Wow Die Brühe hier tut gar nicht weh Ist ja nett Ist ja echt voll nett Okay, was haben wir jetzt bekommen? Wir haben immer noch keinen ältigen Key bekommen Ich weiß also immer noch nicht, wo wir hin müssen Ähm... Das ist deprimierend Hat sich irgendwo irgendwo was geöffnet oder so? Oh, war schon mal da an Achso, ist ja gleich auf dem Bereich einfach nochmal anders Ja Ja Okay Hat uns ja echt jetzt voll viel gebracht Da oben ist ein Secret Tent ist noch ein Secret Okay Gucken wir mal, was es auf der anderen Seite gibt's Achso, hier geht's gar nicht weiter Okay, na gut Ähm... Ähm... Wir haben nicht mal die Hälfte der Gegner Und die versetzen schon nicht mal weiter Das ist doch irgendwie diskrimierend Das ist doch Das ist doch Das ist doch Diese Arzt, weil sie geht mir hart auf den Sack Fall ich... Fall ich höre sie, sehe sie aber nicht Aber das ist unfühlig diskrimierend Heulimaulig Okay, ich versuch mal über die Dinger zu kommen Wenn wir darüber kommen, weil da waren wir scheinbar noch nicht über die Brücke, die hier so seitlich abgeht. Die hier. Ah ja, hier geht es weiter. Tatsächlich, das kommt meiner an. Okay, lassen bereithalten und dann geht das ab. Hier ist ein Schalter. Achso, okay, nur ein Schalter. Dann wird es ja bestimmt keine Falle sein. Raus. Das war so klar. Das war so klar. Ihr wollt doch alle verarschen. Ihr wollt doch alle. Oh, Alter, guckt euch das an. Guckt euch diese Scheiße an. Wo bist du? Ja. Er ist noch mehr. Sehr schön. So, gucken wir mal hier weiter. Hier ging es ja garantiert nicht auf. Ah, okay. Ja, komm, geh hoch. Boah, Alter, schockert das doch gerade. Hilfe. Boah, Alter, die Framework geht einfach gegen Null. Gebt doch mal einen Ausgang. Boah, wo kann ich denn jetzt bitte? Von hier? Ja, genau, von hier. Holy fuck. Holy shit. Äh, nein. Ach so. Ich führe es dumm. Wir müssen jetzt irgendwie... Wir müssen wahrscheinlich irgendwo hin und ich weiß nicht genau wo. Ah! Ich habe eine Vermutung, da ist ein Teleporter links. Das heißt, wir müssen da lang laufen und dann, ähm... Oh, wir sind zwar aber auch mit dem... im... 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 im Schoßfeld. Nein, vielleicht aber ab. Nein, Alter. Äh, äh, äh. Die Waffe bitte einmal. Dankeschön. Ja, okay. Jetzt haben wir ein einiger Masse-sicheren Punkt. W-ha. Ah, ich fühle gut. Du, 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 du. W-ha. Ah, ich fühle gut. Du, 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 du. W-ha, du, 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 du. War es schon leer? Scheiße. Ach, Mann, Alter. Bitte! W-ha, du, 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 du. Äh, da geht doch. Dankeschön. Komme ich da ran? Garantiert nicht Nein Doch, ich komme ran Geil, Omato Boah, Alter Was? Oh Oh nein Arschbar Okay, linker nach rechts Oh, Mann, Alter Oh, Mann, Alter Na, wa Na, komm jetzt her Was? Was? Na klar Geh dich zu stark zurück Geh dich über los Geh dich keines 200 Euro ein Deine Mutter Fuck, ey Na, komm Na, komm Na, komm Oh, Gott Geh doch Oh, ich war schon voll Egal Oh, Mann, wo? Ich höre schon wieder Kacko Demon Oh, oh Ah, sterbe Warum sterbe ich denn? Ach so, roll ich ja Ja, das ist nicht nett Oh, Mann, Alter Oh, fuck you Okay Okay, erstmal Kacko Demon Die man hier erledigen Woch immer der es ist Ach da Hallo Ibiims, dein Vater Okay, da unten ist was Äh, dann geht es einfach Vielleicht dahin Ach, nein Scheiße Es gibt Dinger Für die lohnt es sich zu kämpfen Jawollo Jetzt muss ich nur wissen, wie ich wieder raufkomme Ähm So Oh, geil Okay Rückzug, rückzug, rückzug Ich werde erstmal abdenken Okay Ich werde um Okay Fuck Fuck Ich werde um So, wir gehen einfach mal irgendwo lang. Und das war jetzt noch der falsche Weg. Oder? Ah ne, es ist ein Teleporter. Hä? Ach, ich bin ja wieder hier. Okay, es war, es war gut, es war die falsche Weg. Danke, ihr werdet noch. Okay, ihr werdet dann. Wo bin ich jetzt? Oh, ich hab. Oh, ich hab. Oh, ich hab. Oh, ich hab. Ahh. Ich sterbe! Oh Alter nein, ich sterbe wirklich! Was? Nein! Das ist ein Hauder, das ist ein Hauder. Nein, das ist das, was ich gerade am wenigsten brauche! Ach, willst du mich jetzt gerade verarschen? Du Huber! Ich f*** dich! Pass! Deine Mutter! Das ist ein Hauder, das ist ein Hauder. Das ist ein Hauder. Alle weg? Ja, schön! Alter! Jetzt noch ein Schalter! Warum so viele Schalter? Ähm... Jetzt? I don't understand... Hier haben wir ja schon gedrückt, genau. Dann haben wir jetzt hier gedrückt und gibt's hier oben was? Ach, da können wir mal nicht drauf. Dann nehm ich mal ein bisschen da zurück, kann das sein? Äh... Hä, sind wir ja wieder hier? Oh Gott, Alter. Wow, halt! Oh, ha, 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 ich wird alle nicht drücken. Von wo denn, mein Lieber? Ach, von da oben. Kann sich mal entscheiden, links oder rechts, um oder unten? Holy moly. Ah ja, komm jetzt, mach halt ja. Hallo! Geht doch. So. Ähm... Oh, wir haben... Wir haben Allmap. Warum auch immer. Fanden wir jetzt nicht immer noch nicht, wo wir jetzt hin müssen. Hey, war ich doch gerade... Sollte ich mir jetzt mal... Aber wieso bin ich jetzt immer wieder gleich nach Ort hier? Hallo? Also da liegt's auf jeden Fall rauf, aber nicht für mich. Ach komm jetzt... Oh ne, wir sind hier gefangen, wir kommen ja nicht mehr weg. Das heißt, hier oben ist es auf jeden Fall irgendwas geben, womit wir weiterkommen. Ich hab keine Ahnung, was das ist, aber... Äh... Ah! Schau mal an! Äh, und jetzt... Vielleicht komm ich auch wieder nicht weiter. Mein, ich werd doch verarschen. Ach Leute... Warum ist sogar was drinne? Da muss ich also hinkommen. Ah! Wer findet solche Sachen? Boah, noch 76 Schuss. Danke. Deinem, Bruder. Überraschung. Äh... Wie geht's denn, wie geht's denn eigentlich? Kann man denn noch was abwenden? Äh... Nein. Wohan ist das? Credits? Nein... Jetzt ist nur, dass ich was bekommen? Das da! Äh... Drop items based around. ach ich habe noch gar nicht okay vielleicht jetzt wissen besser geht doch ich dachte wir hätten die sachen bereits geupgradet okay das war die sache wir sind nicht einfacher oh wow eine schöne brücke hätte gerne ein bisschen mehr schafft munition dankeschön jawoll das geht doch meine güte jetzt lohnt sich das ganze auch wo 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 leute please have more respect man sollte nicht an dem kopf kratzen wenn man währenddessen gerade hier im kampus dankeschön so wo ist der archweil ich höre die ganze zeit den archweil aber ich weiß nicht wo der ist hier gibt es eine treppe und die geht jetzt genau wohin auch wieder hier ok dann gehen wir einfach mal in den teleporter rein und hoffen mal dass wir da bei irgendeinem sinnvollen ort rauskommen das Podcast ja sehr lecker aus als sehr vielversprechend wo 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 wirst du denn da bist du d arm Jaaaaaaaaaaaa sih seat lecker aus also sehr vielversprechend ähm oh oh houses wo 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 bist du denn кол rings Oh, Feierabend, ja. Okay, ähm, jetzt haben wir den gelben Schlüssel bekommen. Oh, da kommt noch einer. Shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Ach so. Der, der einfach durch die Ecke durchschießen kann. Arschloch. So, was gelbes? Wir haben einen gelben Fall drum. Gelben Key da unten ist einer. Wir müssten also in diese Richtung umzugehen. Da hinten muss irgendwo was gelbes sein. Dann würde ich mal sagen, ähm, kann man da hin? Oder eher nicht so. Also, ne, legalerweise. Eher nicht so. Oder ich habe mich gerade einfach nur zu dumm angestellt, weil ich gerade genau gegen Pfosten gerannt bin. Nicht voll Pfosten. Ja, man kommt da hin. Lol. Wenn man genau diese Ecke da anpeilt, die Ecke da, wo das Licht da ist, dann könnte man da garantiert hin. Nur ich bin garantiert so inkompetent. Ich schaffe das eh nicht. Ach man, ich bin schon wieder zu weit links gesprungen. Wow, das war gerade komplett, ähm. Boah, schon wieder viel zu weit links. Alter, wo ist denn diese scheiß Ecke? Fuck my life. Okay, man kommt da nicht hin. Leckt mich doch am Arsch. Verfickten Ficky Ficks. So, wo muss ich hin? Ach, das ging ja leicht. Oh, lol. So, gelb. Irgendwas mit gelb. Wo ist das gelb? Nein, falsche Richtung. Da muss es sein. La, la, da. Wir nehmen am besten einfach mal die Waffe hier. Die scheint doch relativ stark zu sein. Das, das, das sind gute Sachen, Alter. Meine Fresse. Nein. Nein. Tut doch mal. Das ist eine neue Blase. Aber das ist ein paar Blase. Das ist eine neue Blase. Und dann, das ist ein paar Blase. Arschloch! Alter, was hält denn der aus? Ey, wie wär's denn mit dem Leben? Danke. Naja, okay, wow. Dankeschön. Okay, fuck a walk in my life. Gibt's hier was? Nein. Gibt's schon wieder Kakodine in hier? Na doch. Bin klar Kakodine, was denn sonst? Da ist auch noch eine Spinne. Ein Arztron. Da, äh, Melchior wird auch noch. Oh! Jeet! Fuck my life! Ja, du diese... Lalalalalala... Na, ach so, kann ich eh nicht aufnehmen. Wohin jetzt? Ich hoffe, ich bin hier richtig, aber ich bin halt ultra langsam. Ja, ich bin da richtig. Deine Mutter, das hättest du dir so gedacht, ne? Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Und jetzt? Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Alter! Puh! Ich würde aber gerne wieder zurück, weil da war auch Rüstung und alles und überhaupt und, ähm, ja. Die Frage ist, kann ich zurück. Das ist immer die Frage, die sich jeder Ronny stellt. Das ist quasi für uns Ronnys die Aufnahmezeremonie. Ja, wir können zurück, yay! Äh... Oh, da ist auch ein Teleporter! Habe ich jetzt besprecher? Yay, das ist sogar ein richtiger Ort! Holy moly goly! Sehr schön! Dann haben wir wieder Rüstung. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen Leber haben wir auch noch hier oben. Es ist superschön! Hier ist eine Kerze, aber ich sehe kein Secret. Achso, da unten wahrscheinlich der... Ne, das war der Teleporter. Wo wirst denn der Teleporter? Frag über Fragen. Achso, der schickt uns wieder hier. Nein! Boah, 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 alter! Ja, ne, gar dieses Rumgerutsche hier, das ist ja... Ist das noch legal? Digga, die Physik müsste so einen riesen Strafzettel bekommen, das ist ja nicht mehr... So, jetzt müssen wir hier hoch. Hier Wandelgrade, genau. Also wieder aufpassen, dass keine neuen Gegner kommen. Ähm... Hallo! Ich bin's. Eins Berliner. Ah! Jetzt kommen wir hier auf Deutsch-Spinn-Niveau. Jetzt gibt's schon wieder neue? Hier? Oder war das noch ein Überbleibsel? Wahrscheinlich. Ne, es gibt's mehrere neue. Ja, es gibt's mehr... Ja, es gibt's neue. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Na, kommt mal runter. Ne, der kommt mal runter. Wenn ihr was von mir wollt, dann müsst ihr auch herkommen. Ah, ja, 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 jawoll... So. Noch mehr Ding was wollen hier, oder bitte jetzt mal wieder meine Ruhe, alter. Ich will mich um diese scheiß Spinne kümmern. Das geht doch so nicht. Falsche Raum. so ist es die spinne die bisherigen leidung ohne jawohl es kommen immer mehr ach ja okay die sporn also doch frage ist ja die durch sie am besten weißt du was was ja 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 ne vieso jahr k k die brauche ich jetzt eigentlich nicht du komm das du Ja, ich habe die Spinne gesehen. Okay, komm. Och nein, och nein, ich bin wieder. Okay, komm, dann gehe ich jetzt mal weg. Äh... Also diese, 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 ja, Heavy Assault Waffle, irgendwie scheint die bei diesen Artwellen überhaupt nicht zu wirken. Da musst du ja ewig schießen, dass du überhaupt noch was kommst. Okay, cool, schießt, feierabend. Nein. Och. Okay, so. Oh. BFG. Stimmt, ich könnte doch einfach eine BFG benutzen. Ha, lol. Jetzt kommt sie, wird garantiert auch nicht bei den Fischern. Bei denen fliegt er einfach gar nichts. So, es hat gewirkt. Sehr schön. Wo muss ich jetzt lang? Da muss ich langkommen. Und ich habe sogar noch eine schöne Wunten bekommen. Klingt wie so ein unfettiger Soundtrack, Alter. Oh, das war das hier. Warum steht das da? Warum steht das da nicht für Exit? Oh, das steht da nicht für Exit und ich habe es einfach nur überlesen. Wow. Z-Sound-Likes. Gut. Hier steht aber nichts für Exit. Egal. Wir haben kümmerts. Ab ins Ziel, ab nach Hause. So, wir haben sogar überall volle Munition. Gut, hier können wir noch ein bisschen was, ne? Hallo? Ach, falsche Tasse. Ja, genau das, was wir... Danke. Ach, deine Mutter. Ach komm, reicht jetzt. Achso, siehst du, siehst du, siehst du einfach. So, wo wäre es jetzt volle? Da unten. Ach, leck mich doch ab, Mannes. Einfach mal die Fresse halten. Das war die ganze Zeit wieder nach oben. Ein Glück haben wir auf Speed. Alter, ich bin hier wirklich gerade auf Speed, Alter. So, richtige Waffe auswählen und dann ab nach Hause. Oh, it's an Inquiry. Alter, kann man gar nicht lesen. The Planet is... Paying... Oh, im Arsch. Wer lesen will, kann lesen. Ich will nicht lesen. Oh, 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 oh. Ich hab gleich geforcen von einem anderen. Holy Moly. Na gut, dann schau mit V. Hö, tschüss. Ich hab gleich geforcen von einem anderen.